Jo Leute, willkommen zurück zu JustCourse3 und ich würde sagen, mach mir weiter. Und guck mal her, du Heli. Und, oh man, ist hier gerade, wie viele Sachen wir noch erobern müssen? Nein! Warum drücke ich immer zu früh Dreieck? Ähm, und ich frage mich, warum du brennst auf einmal. Ähm. Klar, warum nicht? Ja, warum nicht? Du wirst jetzt sowieso mir. Und ich würde sagen, erstmal, stirb. Oh. Was habe ich denn getroffen? Erstmal die meisten hier. Oh, okay, ich hab's verstanden. Oh, das ist doch ganz knapp. Es gehört zwei Stück. Ausweichkünste, wollte ich sagen, aber... Gut. Geh sterben. Und irgendwo... Da war das. Egal. Dann ein bisschen mit dem Panzerfaust. Gibt's rum. Hier noch eine Granate. Da noch eine Granate. Wow. Aufregend. So, gucken wir mal, wo wir jetzt müssen. Ah, genau unter uns. So, jetzt geh ich mal runter. Bisschen Action. Verbreiten. So. Jetzt bin ich zum ersten Mal wieder unten. Vergisst nicht. Immer schön aufpassen. Marine Unterstützung unterwegs. Verschaffe ihnen etwas Platz zum Atmen. Mache ich. Guten Tag. Mein Name ist Rico. Und ich bin... Ich werde auch den Tod genannt. Warum? Okay, ich habe nichts gedrückt. Habe ich es geschafft. Yep, ich habe es in Glück geschafft. So, es war eine Granate dorthin. Und? Ja. Darfst ihr zerstören? Weniger, ein Problem. Weniger. Ich brauche eure Hilfe. Seid schon durchgefahren. Oh, da ist eine Wasserleiche. Schön. So. Dann das hier noch. Ja, steht mal ganz genau da rum. Wird eh nicht getroffen, ne? Aber weißt du. Ich habe es gemeint. Und gibt es hier noch was? Ja. Noch, äh... Ah, hier. So, danke schön. Jetzt habe ich alle. Und jetzt muss ich mich umdrehen. Und dann sind auch noch ein paar. Wow. Knappe Sache. Moment. So, kaputt. Okay, um. Oh, da sind sogar zwei von denen. Autsch, ne? Gibt es hier noch was? Bei mir? Ne. Jetzt wieder mal hier hin. Kommandant kommt auch noch später. So, erst mal hier hoch. So, danke schön. Und... Wow. So. Achtung. Vierer. Oh, Helikopter. Lehmt gerne nämlich ein Helikopter an. Die Boote warten auf deine Aktion. Praktischer eingreifft. Wie ist dein Status? Eure Position? Mein Status ist alles okay. Jetzt kommt nur noch ein Helikopter. Und... Das regelt sich dann von selber. Was ich jetzt gleich mache. Raus mit dir. Okay, ich hab's verstanden. Hier war's da also. Ganz schön knapp. Da muss ich dich zuerst zerstören, mein Lieber. Ich hab dich gemocht, aber... Du mochtest mich nicht. Und das war das Problem. Ich hab Kontakt verloren. Alle Mann ausschweren. So. Tschüss. Okay, dann... Fliegen wir wieder mal dorthin. Oh, Rebellenboote jammern. Okay, ich muss... Hier hin. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Genau da, wo ich bin. Ich seh's auch. Noch ein Helikopter? Oh, Mann. Tut mir leid. Sperrgebiet. Noch nie davon hört. Oh, klar. Gut, ich hab auch was für dich. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Nein. Da würde ich sagen... Nehme ich... Das ist mein... Gar nicht gut. Und dann wird der Kommandant erledigt sein. Genau, die Ravello. Zeig mir, was du kannst. So, jetzt nur noch auf der anderen Seite. Da irgendwo... Da irgendwo... Wo genau... Ähm... Dem ich hier hin. Und? Oh, der ist schon erledigt. Ja, Mann. Die Polizei sucht neue Leute. Genau. Und ich bin... Oh. Stirb. Oh, das war knapp. Ich muss einfach nur noch zu den Waffen gehen. Und dann habe ich wieder Munition. Mit Panzerfaust und so. Kann ich auch gut mithalten. Oder auch nicht. Schade. Uh. Erstmal... Hier... Das hier einnehmen. Oder... Das hier. So, erstmal kurz gucken, wo ich hin muss. Oh, ich bin ganz schön außen. Wow. Dankeschön. Einfach hier hoch. Und ich sehe auch meine Ziele. Guten Tag. Der nächste, bitte. Ja. Der nächste ist genau hier. Und ich würde sagen, du schaffst wohl ein bisschen weiter zu werfen, oder Rico? Ja. Schafft er. Auch hier hin. Ach, das hat er nicht geschafft. So, schade. Ich hätte gedacht, du könntest beim Enterhaken werfen auch mal schießen. Das geht leider nicht. Sehr schade. Dachtest du, ich erledige dich? Noch nicht. Das machen schon die Rebellen. So. Tschüss. Tschüss. Jetzt du. Und die nächsten sind hier. Wegpunkt. Und? Wir haben es gleich geschafft. Und dann auch noch die. Äh, ich wollte eigentlich eine Granate werfen, aber ich glaube, ich habe keine mehr. Nö. Komm, explodier. Ah, danke schön. Schön, dass du eine Granate reinwerfst. Vielen Dank. Und nur noch die letzte Sache ist. Ach, das ist da oben. Und wir haben es eingenommen. Geschafft. Jammer. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, neue Boot. Hafenalarm. Okay, jetzt will nur noch zwei und dann. Boah, haben wir es geschafft. So. Nichts. Aber wie heißt es? Costa Di Ravello. Das heißt doch, ähm, Meer oder Küste, Di Ravello, also. Ist ja ein Name. So. Dann würde ich sagen, machen wir das mal jetzt. Aber. Mit einem Rebellen am Wurf. Porto Wiener wurde an einen noch unbekannten Ort verlegt. Also seid nicht überrascht, wenn ihr es am bisherigen. Platz nicht mehr findet. Äh, falls ihr glaubt, es gäbe in letzter Zeit mehr derartige Ankündigungen, dann irrt ihr euch und solltet es für euch behalten. Viva Medici. Alles klar. Moment. Ich brauch schon einen Helikopter. Moment, da war doch ein Helikopter. Oh, hab ich mir keinen Helikopter genommen. Da hätte ich bessere Arbeit. Und, also, nicht mit bessere Arbeit, ich meine weniger Arbeit. Ja, ein Visier. Genau. So, zwei Stück. Welche nehme ich wohl? Ich glaub, das mit einem Raketenbesetzten, wenn es einen gibt. Gibt's da einen? Bei der anderen Seite sieht's auch nicht so aus. Dann nehmen wir den mit. Ja, ich muss dafür nicht aufbrechen oder aufbomben. Muss nur aufschließen. Und, ja. Ich hab' nichts gemacht. Noch nicht. So, explodierst du mal. Uh, dankeschön. Und, gucken wir mal, was ist hier noch? Da, eine Statue. Mensch. Du kannst sterben. Nö, natürlich trifft es nicht. Schade. Bringen wir sie hinter uns. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Rechte sind hierher. So. Kong ist also auf der Seite des Bösen. Er wurde versklavt. Darum muss er das machen. Ähm. Hm. Ich könnte mir einen Panzer holen. Ach da. So. Eins hab' ich schon. Den zweiten ist... Auf der anderen Seite. Wir können nichts unternehmen. Denn ihr seid schwach. Zu schwach für mich. Ich könnte auch einen Panzer holen. Und dann seid ihr sofort erledigt. Erledigt. Ja. So. So, dankeschön. Es gibt zwei Plakate. Hier muss noch was geben. Gucken wir mal. Ah, da. Ah, gefunden. Gucken wir mal. Ah, da. Ah, gefunden. Ah, da. Ah. Genau hier. Chinkto. Ah, gefunden. Stopp. Da muss ich einfach nur den Wachtturm. Ein bisschen wachrütteln. Was auch mir gehört. So, Moment. Legen wir los. Ach, dachtest du? Tschüss. Autsch. Ah, mir ist das passiert. Ja. Ich sag' nur eins. Warum nicht? Ähm. Keine Granaten mehr. Was soll das denn heißen? Oh, ich dachte schon. Ich brauche mehr Munition. Ähm. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. So, dankeschön. Denk nicht, du kommst zu mir. Und. Perfekt. Killer Clown. Ähm. Ja, ich hab's geschafft. Also muss ich eigentlich nur noch hier. So, dankeschön. Verstärkung ist unterwegs. Und. Raus aus meiner Stadt. So. Geschafft. Fehlt nur noch eins. Und da haben wir's geschafft. Äh. Und dann können wir auch wieder mit der Story beginnen. Genau. Ja, auch wieder mal dieses Geschrei. Was einen wirklich auf die Nerven geht. Uh. Schöner Wagen. Schöner Wagen. Egal. Er braucht schon Wagen, wenn man fliegen kann. Uh. Da haben wir sogar einen guten Platz. Costa Di Ravello, einen neuen Namen, bekommt meine Brüder und Schwestern. Nennen wir es Costa Di Pace. Oder Costa Di Revolution. Oder Costa Rico. Costa Rico. Ich darf mir was einfallen. Aber so oder so. Lang lebe die Revolution. Ja, das stimmt. Oh. Und schon haben wir das ja oben gemacht. Ähm. Das ist aber schnell. Das war wirklich schnell. Das war wirklich sehr schnell. Ist die Lage, bitte komm. Oh, Leuchtfunkeln. Mach ich. Und Waffen. Ja, ich bin Spider-Man. Habe ich das nicht erzählt? So, jetzt würde ich sagen, mit der Starry. Wo ist die Starry? Oh, was ist das denn? Ähm. Schnellreise. Würde ich sagen, hierhin. So, Dankeschön. Und wir haben wieder mal vier. Ähm. Naja. Eins war wirklich sehr schnell. Wirklich extrem schnell. Hätte ich nicht gedacht. Hätte gedacht, so. Fünf Minuten hätten wir noch gebraucht. Aber eine Minute. Ist auch okay. Äh. Was ich sagen wollte. Ähm. Vier haben wir schon geschafft. Das heißt, jetzt kommt zwei Story-Missionen jetzt wieder. Und dann, wie gesagt, nach zwei Story-Missionen. Wieder die vier, ähm. Ja. Wie gesagt, äh, vier Ansiedlungen erobern und so weiter. Moment, ich muss erst mal eine Markierung setzen. Boah. Boah. So. Okay. Jetzt läuft es so lange. Und Sturzflug aufs Wasser. Ja. Geschafft. Konkurrieren, äh, konkurrierenden Interessen. So. Dann würde ich das machen. Und dann sage ich mal, bis gleich, Leute. Hey, sind Sie Looch? Kommt drauf an, wer will das wissen? Dima schickt mich. Oh, dann bin ich Looch. Haha. Vigilator Nord ist auf der anderen Seite der Bucht. Du suchst nach Dima Scanner, oder? Echt blöd. Ist wie die Nadel in einem verdammt großen Heuhaufen zu suchen. Viel Glück. Denn das brauchen Sie. Danke, Looch. Hey, ich bin nur ehrlich, klar? Ach, bei dem läuft es doch, Noah. Weil, ich glaube, er muss mal ein bisschen trainieren gehen, weil... Sein Schwabbel ist wohl in seinen Kopf übergegangen. Und er kann nicht mehr klar denken. Nichts für ungut. Ähm, was zu... Ach so. Dann würde ich sagen, hierhin. Okay, Moment, Markierung setzen. Ach, das habe ich schon geschafft. Hm. Alles klar, habe ich schon Aubert. Aber jetzt auf einmal wird angezeigt, dass ich das nicht Aubert habe mit mir. So. Wie genau sieht der Scanner aus? Frag ich mich auch. Nicht groß, Handgerät. Auffällig, um nicht entdeckt zu werden. Nicht hilfreich, wenn verloren. Wenn verloren? Ähm. Überprüfe die Lagercontainer in der Basis. Mache ich. Oh, hier ist keiner. Gut für mich. Schön, weil ich das erobert habe. Ja. Lol. Das habe ich wirklich erobert und das... Ich dachte schon. Ja. Cool. Also habe ich doch keine Probleme mehr. Aufbrechen. Hier drin ist er nicht. Nee. So, jetzt gehen wir dort... Dorthin. Ja, das geht wirklich jetzt mir. Also, warum könnten meine Rebellen das nicht tun? Aber na gut. Also, ein Glück, dass ich das schon gemacht habe. Also, erobert habe. Also, ich sage dir doch. Machen wir es ja nie. Hier drin auch nicht. So, Moment. Hier oben. Ich gehe mal hier oben hin. So. Moment. Was für einen Scanner nochmal. Habe ich was vergessen? Ich glaube, ich habe es vergessen. So. Dann gucken wir mal, was für ein Scanner. So, Moment. Wow. Dankeschön. Gut. Gut. Dann machen wir natürlich weiter. Vielen Dank. Und ich glaube, ich habe es. Hast du den Scanner schon? Ja. Kein Scanner zu sehen. Oh, doch nicht. Ich dachte, es wäre ein Scanner. Wo ist das Zertinitenschüssel? Ja. Ist was das Gleiche. Ich glaube, ich glaube, es wird eh keiner sein. Also, ich glaube, in keiner von denen wird es sein. Ähm. Okay. Da kann ich es auch machen. Hier drin ist auch nichts. Oh, Mist. Da haben wir wohl Pech. Unser letzter Chance. Ich glaube, er nicht, dass hier unser letzter Scanner sein wird. Oder? Oder doch? Doch. Okay. Haben wir es doch gefunden. Ich habe ihn. Dima? Du musst den Scanner auf ein großes Gitter in der Anlage von Gimalion legen. Das Gerät misst Spuren von raffiniertem Bavarian. Gimalion. Okay. Wenn du sagst, dann mache ich das auch. Moment, haben wir das nicht auch, Robert? Ja. Haben wir auch. Hm. Ups. Ach so, Kilometer. Rico, laut meiner Daten ist der Scanner instabil. Ist vielleicht beschädigt. Könnte explodieren. Beeil dich. Wir müssen wirklich mal über deine Erfindung reden, Dima. Ja. Das müssen wir wirklich. Weil es gilt sowieso mir. Die Sachen also hat es doch was Gutes. Rico, ich brauche diesen Scanner, amigo. Wer das Barbarium kontrolliert, kontrolliert ganz Medici. Und mit diesem Scanner könnte ich die Agency vielleicht dazu bewegen, die Rebellen stärker zu unterstützen. Mal sehen, was ich tun kann, Sheldon. Was soll ich jetzt machen? Du wurdest entdeckt. Soldaten nähern sich, Rico. Mir egal. Ich kümmere mich um sie. So. Trotzdem gehe ich hier durch. Denn mir ist das egal, was passiert. Los, schneller. Dann schaffen wir das nicht mehr. Ähm. So, das schaffen wir locker. Weil ich das ja schon erobert hab. Und ja. Ach, da unten muss ich hin. Klar, schaffen wir. Ich dachte, die Fässigung dann ganz oben. Moment. Gehört ihr auch mir? Ja, die gehört mir. Okay, ich bin da. Gut, platziere den Scanner am Gitter neben dem Raketen-Zilo. Ähm, gehört immer noch mir. Wenn ihr raffiniertes Barbarium entdeckt, hat die Ravello möglicherweise ein Barbarium-Gefechtskampf. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich, immer. Ähm, was habe ich gerade gemacht? Habe ich gerade irgendwas gemacht? Ähm, dann würde ich sagen, bis gleich. Und dann würde ich sagen, bis gleich. was ist gerade geschehen ich kapiere nicht was gerade geschehen ist aber na gut ich weiß schon was ich mit dem kaputten scanner mache ja schellen erreichen wo bist du gute arbeit riko ich wusste auf dich ist verlass kaputten lecker kuchen nicht weit entfernt denn wir haben ja noch wie gesagt drei minuten und dann war es ist auch so moment so geht schneller wo ist so knapp okay der busch ist schuld so nach der story im basis auch und im nächsten part machen wir nur noch eine haupt story mission und dann wie gesagt machen wir wieder eroberungen weil es hat uns wirklich in diesem part wirklich wirklich sehr geholfen und ich würde sagen bis gleich ich glaube wirklich dass du eine bessere liebevollere welt erschaffen willst hier ist ein bavarium scanner verbindlichsten dank schön dass du mich besucht hast da ist klar der erst wohl sauer auf uns und ja ich schätze mal am ende wird uns gegen uns noch kommen also gegen uns seien die rebellen ja was denn moment reise kostenlos von dieser provinz hier hinten auch das haben wir eh schon erhundert was jetzt noch mario ich muss mal was überprüfen warum dass sie rot ist alles klar endlich mal gute neuigkeiten ja treffen uns in lanthuina und halt den ball flach bis ich da bin moment stopp du kriegst es gleich wieder zurück ich möchte erstmal das hier noch machen ach komm nein echt so so dankeschön jetzt habe ich das freigeschaltet oh ja und im nächsten part machen wir dann das hier nur eine mission und dann machen wir wieder die provinzen hier und wenn nur noch zwei und sie können wir auch noch zwei machen hier ist bestimmt noch eins und ja ich würde sagen wie es dann weitergeht das erfahren wir im nächsten mal also heute bis dann tschüss tschüss